Wenn Electronic Arts mit ihrem nächsten Fußballspiel den Hals nicht voll bekommt und uns schon bald die Ankündigung eines neuen Personateils ins Haus steht, dann ist es Zeit für einen Besuch in der PC Games Gerüchteküche. Hier servieren wir euch jede Woche das neueste Gerede der Gamingbranche und schauen, ist da wirklich was durchgesickert? Ist das eher mit Vorsicht zu genießen? Oder ist das einfach nur Quatsch? Lasst uns gern ein Abo da, so seid ihr auch nächste Woche Dienstag direkt wieder mit dabei. Welches ist das beste Final Fantasy der Hauptreihe? Würde man 5 Fans fragen, bekäme man wahrscheinlich 5 verschiedene Antworten, doch ein Eintrag in der Serie wird trotzdem immer wieder genannt. Final Fantasy 9, der auch auf Metacritic bestbewertete Teil der Serie. Und nun verdichten sich die Gerüchte, dass wir uns auf ein baldiges Wiedersehen freuen dürfen. Bereits der GeForce Now League von vor 2 Jahren ließ erste Hoffnungen in den Herzen der Fans aufflammen. Hier stand ein Final Fantasy 9 Remake neben Kingdom Hearts 4, Tactic Ogre Reborn und einem Remaster von Chrono Cross im Raum. Bis auf Final Fantasy 9 wurden auch tatsächlich alle anderen eben genannten Titel von Square Enix offiziell angekündigt und sind teilweise bereits erschienen. Neues Wasser auf die Mühlen schöpfte nun der Leaker I Am Hero 2 auf Reset Era, der davon sprach, dass das Final Fantasy 9 Remake förmlich nach Sony riecht. Betrachtet man die Vergangenheit der Zusammenarbeit von Square Enix mit Sony sowie der Exklusivität von Final Fantasy 16 für die Playstation 5, dann wirkt diese Behauptung gar nicht so weit hergeholt. Im gleichen Atemzug nimmt er dem Hype eines bevorstehenden Release, aber auch wieder Wind aus den Segeln, denn laut ihm soll die Veröffentlichung des Spiels noch 2 Jahre in der Zukunft liegen. Außerdem soll das Remake auch definitiv nicht mehr für die Nintendo Switch erscheinen. Das klingt nur logisch, denn sollte die Neuauflage zu Final Fantasy 9 tatsächlich erst in 2 Jahren erscheinen, wird Nintendo höchstwahrscheinlich bereits eine Nachfolgekonsole am Start haben. Square Enix sprach in der Vergangenheit auch von großen Ankündigungen in diesem Jahr. Ein Remake zum bestbewerteten Final Fantasy aller Zeiten würde sicher in diese Kategorie fallen. Außerdem sprach der Leaker davon, dass das Spiel sehr gut aussehen würde und definitiv nicht nur ein schnödes Remaster darstellt. Steht uns hier also ein weiteres hochwertiges Remake im Stil von Final Fantasy 7 ins Haus? I Am Hero 2 lag bereits in der Vergangenheit mit Aussagen zur Persona-Reihe richtig und sowohl der Nvidia-Leak als auch Square Enix eigene Aussagen lassen den Leak glaubwürdig erscheinen. Trotzdem ist hier noch nichts von offizieller Seite bestätigt. Vielleicht ändert sich das aber bereits diese Woche zum Summer Games Fest. Bis dahin genießt dieses Gerücht aber noch mit Vorsicht. Und da wir gerade von Persona gesprochen haben, bleiben wir doch gleich beim Thema. Ein weiterer Teil der Shin Megami Tensei Spin-Off-Serie steht wohl schon in den Startlöchern. Bereits am 23. Mai erschien eine Domain mit dem Namen p5t.jp. Diese Kürzel wurden von Atlas bereits in der Vergangenheit verwendet und deuteten den vollen Namen eines neuen Eintrags in der Persona-Serie an. Hinter p5r steckte beispielsweise Persona 5 Royal und p5s offenbarte sich als Persona 5 Strikers. Was könnte also hinter p5t stecken? Ein Codename für ein vollwertiges Persona 6? Oder ein weiteres Spin-Off, zum Beispiel mit dem Zusatz Tactics? In einer Umfrage aus dem letzten Jahr warf Atlas selbst einige Vorschläge in den Raum, welche Auskopplung zum Franchise für sie interessant wären. Darunter waren ein Kartenspiel, ein Online-RPG, weitere Rhythmusspiele oder auch ein Brettspiel im Persona-Universum. Doch allein eine Domain anzumelden ist natürlich noch keine Bestätigung, dass demnächst eine Ankündigung ins Haus steht. Schließlich hat sich Atlas bereits seit langem andere Domains wie P3RE, P5U, P5B und P5M sowie Persona 6 gesichert. Wieso ist P5T also ernst zu nehmen? Das liegt an einem ganz einfachen Umzug der Domain auf die Firmen eigenen Namensserver am 2. Juni. Das geschah in der Vergangenheit nur, wenn im Zeitraum der folgenden zwei Wochen tatsächlich auch ein passendes Spiel angekündigt wurde. Geschehen ist das unter anderem bei Persona 5 Royal, Catherine Fullbody und auch den Tanzspielen zu Persona 3 und Persona 5. Wir gehen also fest davon aus, dass Atlas in den nächsten Tagen einen neuen Persona-Teil ankündigen wird und natürlich liefert das Summer Games Fest am Donnerstag und der Xbox Showcase am Sonntag dafür die perfekte Bühne. Und weiter geht's mit einem der größten Releases des gar nicht mehr so jungen Jahres 2023. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Während viele von euch wahrscheinlich noch nicht einmal durch die Hauptstory durch sind, geschweige denn alles erledigt haben, was an Nebenkram zu tun ist, wollen Dataminer schon wissen, wie es mit dem Spiel in Zukunft weitergeht. Mit Blick auf den riesigen Erfolg ist davon auszugehen, dass wir in absehbarer Zeit Ankündigungen für einen oder zwei DLCs bekommen werden. War ja bei Breath of the Wild auch so. Jetzt geht es aber erstmal um... Amiibo. Ihr wisst schon, die Plastikfigürchen mit NFC-Chip, die mal mehr, mal weniger sinnvolles Zeug in Nintendo-Spielen auslösen. Bisher gibt es nur einen Amiibo für Tears of the Kingdom, diese schicke Mini-Statue von Link. Haltet die Figur an den Controller eurer Nintendo Switch und badabumm, ihr bekommt einen besonderen Stoff für euren Parasegel spendiert, also den Gleiter, mit dem Link durch Hyrule's Himmel zischt. Abseits davon erhaltet ihr einmal pro Tag Waffen und Material, wenn ihr den Amiibo einscannt. Für uns interessant ist aber der Parasegel-Part. Die Dataminer haben jetzt nämlich zwei fix- und fertige Parasegel-Designs gefunden, die in den Untiefen der Spiele-Daten zu finden sind und die, entsprechendes technisches Verständnis vorausgesetzt, auch jetzt schon aktiviert werden können. Dabei handelt es sich um ein Zelda-Design und ein Ganondorf-Design. Was die Sache besonders spannend macht, in der internen Liste befinden sich die ID-Einträge der beiden Parasegler auf den Plätzen 1049 und 1050, was die Plätze direkt nach dem bereits verfügbaren Amiibo-Design sind. Das macht die Sache ziemlich klar, Link bekommt Amiibo-Zuwachs in Form von Prinzessin Zelda und Ganondorf. Und mit Blick darauf, wie schnell und intensiv, ähm, sexy Ganondorf das Internet erobert hat, sind wir uns ziemlich sicher, welche der beiden Figuren die erfolgreichere sein wird. Auch wenn Electronic Arts und FIFA ab der kommenden Saison getrennte Wege gehen, hält der Publisher an dem Spielmodus Ultimate Team fest und integriert ihn auch in EA Sports FC. Was die Inhalte und mögliche Neuerungen betrifft, hält man sich bisher bedeckt. Der FIFA-Leaker FUDZone twitterte nun aber, dass womöglich ein Battle Pass kommen wird. Mit FIFA 20 wurde bereits ein Season Pass eingeführt. Dieser ist kostenlos und Spieler können durch Aufgaben Erfahrungspunkte sammeln. Der Battle Pass soll jedoch kostenpflichtig sein. Im Gegenzug bekommt man sogenannte Swap Tokens. Das sind Spielerkarten, die man voraussichtlich in Squad Building Challenges verwerten kann. Vergleichen kann man diese Karten mit den bereits bekannten Events Tokens. Schon jetzt macht Ultimate Team drei Viertel der Umsätze bei Electronic Arts aus. Ein Battle Pass könnt ihr hierbei noch einmal für einen kräftigen Bonus sorgen. Spiele wie Fortnite, Warzone oder Rocket League zeigen, wie beliebt das Battle Pass System ist und wie viel Umsatz erzielt werden kann. Für gewöhnlich erhalten Spieler kosmetische Items wie Skins oder Ingame-Währung. Wie die Belohnungen in EA Sports FC aussehen könnten, ist fraglich. Vorstellbar wären Choreografieren, Trikots, Fußbälle oder Stadion-Elemente. Einen Extra-Reiz könnten exklusive Spieler bieten. Schon in der Vergangenheit lag FUDZone häufiger mit seinen Leaks richtig. Zum Battle Pass gibt es bisher aber nur einen einzigen Screenshot. Auch soll es sich zunächst lediglich um einen Test handeln. EA Sports FC wäre aber nicht der erste Vollpreistitel mit einem kostenpflichtigen Battle Pass. Für Aufregung sorgte dieser bei den Fans aber trotzdem. Weiter geht es mit Microsoft. Der Publisher bekommt gerne mal vorgeworfen, dass seine Xbox-Exclusives nicht mit denen von Sony mithalten können. Daher ruht große Hoffnung auf Starfield, dass ausschließlich für Microsofts Plattformen erscheinen soll. Wie stark der Hype auf das Weltraumabenteuer tatsächlich ist, sieht man an dem Fass, dass Fans aktuell um das Spiel aufmachen. Das Thema scheint zunächst gar nicht so groß. Immerhin geht es nur um einen Xbox-Controller im Starfield-Design, von dem Bilder im Netz kursieren. Trotzdem tauchen immer neue Spekulationen um jedes noch so kleine Detail auf. Die ersten Bilder des Controllers stammen wohl aus China und wurden auf Imager geteilt. Die Bilder und das Design sehen zunächst echt aus und sind hoch aufgelöst. Auch das Design ist stimmig und scheint zu Starfield zu passen. Erste Spekulationen gingen dahin, dass es sich dabei um ein privates Custom-Design eines chinesischen Mörders handelt und die Bilder wurden sofort als Fake abgetan. Jetzt finden sich allerdings auch Bilder der Verpackung, die ebenfalls Fragen aufwirft. Die sieht nämlich glaubhaft aus, ist auf Xbox und Starfield gebrandet und besitzt sogar ein Peggy-Label. Sämtliche kleine Details scheinen stimmig zu sein und deuten damit auch darauf hin, dass es zum Starfield-Release vielleicht eine ganze Konsole im Sci-Fi-Look gibt. Auch ein passendes Kopfhörer-Design macht im Moment die Runde. Die Controller-Verpackung selbst wirft Fragen auf. Trotz und teilweise auch wegen der Echtheitszertifikate. Der Peggy-Aufdruck widerspricht etwa der Echtheit, da die Peggy noch keine offizielle Alterseinstufung gegeben hat. Die existierende Ab-18-Einstufung, die man in manchen Shop sieht, ist also noch nicht gesichert. Die Annahme ist allerdings begründet. Immerhin hat Australien schon eine Wertung ab 18 vergeben. Aber ob man zu diesem Zeitpunkt schon Umverpackungen gestalten lässt, auf denen eine Alterseinstufung unverändert abgedruckt ist, bleibt fraglich. Zwar steht auf dem Karton unter dem Alterslogo der Schriftzug Provisional, also provisorisch, aber so richtig sind die Fragezeichen damit nicht gelöst. Zuletzt ist nun ein Video aus einer Filiale der amerikanischen Einzelhandelskette Target aufgetaucht, die den Controller wohl zu früh in die Aussage gepackt hat. Somit können wir mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass der Starfield-Controller echt ist. Microsoft äußerte sich nicht zu dem Thema und nimmt die Diskussion darüber mit einem Augenzwinkern hin. Das Ding wird also sehr wahrscheinlich Teil des Starfield-Streams am Sonntag werden. Und damit sind wir am Ende unseres Gerüchte-Menüs für diese Woche angekommen. Habt ihr noch Hunger? Dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Den Nachschlag gibt's wie immer jede Woche Dienstag hier bei PC Games.